Auch hier gilt natürlich Formverlust Function. Der GLK bietet extrem kurze Überhänge vorne und hinten, was ihm natürlich auch die entsprechenden Böschungswinkel gibt, die für einen guten Auftritt im Gelände unabdingbar sind. Diese extremen Maße machen den GLK zum echten Kletterkünstler. Im Gelände und in jeder Situation. Wir fahren momentan 100% Steigung und Gefälle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017